Ich hab richtig Bock, jetzt einen richtigen Bombenanschlag zu machen, weil diese NPCs viel zu beehnern sind, um glade auszufahren. So Leute, willkommen zur 15. Folge GTA 5 Online mit Edris, Adam und Fabian. Tatsächlich kam auch Niederland noch online. Heute werden wir mit Flugzeugen und anderen großen Fahrzeugen Spaß haben. Und wenn du so ein großes Fahrzeug, mit dem man Spaß haben kann, irgendwann haben willst, dann abonniere diesen Kanal und schau das Video bis zum Ende. Es ist kostenlos. Los geht's. Nein, nein, das geht nicht. Also, bei mir geht's nicht. Also, nein, nein, das geht nicht. Nein. Kotz da. Kein Spaß. Okay, Leonard kann voll in mich reinfliegen und ich... Oh mein Gott. Wie hast du es geschafft? Wie hat Leonard das geschafft? Wer hat das Schaden bekommen? Nö, ich bin nicht an der... Ich hab dich nicht getroffen. Hey, bei mir hast du mich komplett getroffen, Digga. Bei mir hast du ohne Spaß, du hast mich komplett getroffen, ja. Ja, das ist jetzt das Passagierflugzeug, nicht dieses Drecksbester, Digga. Zum Avenger. Und da, ich glaub, mobile Kommandozentrale. Moin. Oh mein. Wie hast du mich weggespringt? Ich bin einfach nach hinten gefahren. Hey, nee, wie hast du mich weggespringt? Ich bin so dein kleiner Bruder, so einer. Ey, pass auf, ey, pass auf! Adam? Ja. Es ist 9.10 Uhr. Nein, es ist 38. Achso. Ah, ja, ich idiote. Jetzt tue ich. Du musst Gas geben und jetzt so eine schnelle Wende und Brech machen. Zeig. Oh, ja, das wird brutal. Perfekt. Plotfist, das geht gar nicht mal so einfach und ich hab mich grad festgefahren. Fabian, hilf mir, ich hab mich mit dem Bus festgefahren. Erlaub mich mal, einer könnte ich. Ohm. What the fuck. Wieso ist er weitergefahren? Oh, ich hab richtig Bock, jetzt einen richtigen Bombenanschlag zu machen, weil diese NPCs viel zu beendet sind, um gerade auszufahren. Oh. Wenn ich's mir so überlegte, hol ich mal so ein anderes. Fabian? Ja? Du hast doch Lust auf ein großes Gelbe. Oh, ja. Ach, du volle Idiot. Du kannst ja nicht mal fahren. Und dann fährt man so. Wie, ich hab keinen aus... Militärfahrzeug? Oh. Groß Sonderfahrzeug. Ich bin im Baum gelandet. Warte, ich komm da auch runter. Was zur Hölle, Junge? Was? Hä? Was macht's denn? Also, ich möchte keinen Stau kreieren, aber das ist gerade, was ich mach. Nicht wundern, dass von der einen Seite kein Dings ist. Ich mach ja gerade ein Durchfall. Ne, Gegenteil von Durchfall. Junge, Fabian, komm schnell, die haben alle 500er ECO. Ey, Junge, Fabian, ich frag mich gerade, den größten Stau überhaupt zu trauen. Komm auch mit Kipplaster. Was haben wir mit Stau? Mein Kipplaster, Stau-Tisch um die Hälfte. Ey, Fabian, ich fels dich, Bruder, wie du hier dran vorbeikommst. Ich ramme hier einfach... Ja. Nicht mich, nicht mich, nein. Ja, passt so. Ich kann mich nicht mehr bewegen, ich werde von zwei Autos blockiert. Nein, wir müssen einfach von den Leuten die Autos nehmen. Ähm... Was hast du gemacht? Ich hab... Ich hab den Weltuntergang eingelieitet. Ist schon recht, ey, man. Fabian, wie viele Haftbarn denkst du, hab ich geworfen? 50. Eine. Ach, wollt ihr hier das alles zublocken? Du Fäzer, jetzt hab ich für den Stern. Perfekt. Jawohl. Rein da. Ich bin zwischen den Bussen gespawnt. Ähm, er muss halt zwischen die beiden Büsse stehen. A蛤, hee, 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 hee. würde es stören wenn ich mit einem passagerflugzeug in dein u-boot rein stürzt alles am bollen so wie deine eier aber auf normen und da haben wir so gememt so verstehst du ich bin instant abgestürzt und ich schaue einfach nur nach oben links hat nicht mal mehr hingeschaut wo ich hinfliege als nächstes kopf mir einfach hingefallen das ist ein npc hier ist einfach ein bus npc das ist niemals ein richtiger doch einfach ein npc im bus fährt einfach über das grüne jungen den geht es gar nicht gut sind der überfährt dass man so eine yoga gruppe die jungen siehst du die nein siehst du die er dann hinter dir ah jetzt fährt er wieder auf straße ich dachte dass es edel ist und niederhild irgendwie verwandt werden oder so dachte ich nicht mehr so also da kommt so der dann kommt der österreicher ich habe einen mutter ich habe einen vater ich habe einen onkel und meinen opa nein ich habe viel mehr ich weiß ich bin zwar immer das ist fabiats familie bei mir hat sie sie meint immer sie macht so unterscheiden ich bin oh mein gott digga du puu schi schi oh mein guck dir mal diese baba boys an digga man da nicht geil ne hey allah oh mein gott einer ist tot digga einer ist tot oh ja die haben nichts jungen jetzt ist aber unmöglich euch zu treffen na ey ich hätte so eine taktik gehabt ne ihr seid aber nur los vertrau ja 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 was egal ich hab ihn ich hab leidnard ich hab leidnard nein nein weg oh oh mein gott digga du bist so langsam ey du bist so lang oh mein gott oh 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 nein oh du hättest mich getroffen ja jetzt erstmal gtr dann business was business ich mach wie los wo ist das business jungen ja jungen ist halt dein business ja ja mein business ich mach minus ja nein nein leidnard gibt dir rücken er gibt dir rücken sowas nein nein auf den niederl was ist mit den wenn man ihn hier anguckt digga man krieg lachflash als ob man angst kriegt das rücken jungen ich stell dir vor ich sag jungen leidnard das soll rücken jungen lachflash jungen niederl auf den du machst kein minus aber ich mach plus auf den warum nicht euch jemand plus gibt heils maul heils maul jungen erse wird das doch was 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 hast du gesagt du wittest du was ja als allererstes 90% jungen sind aber jungen sind die app of online das ist die erste sache zweitens ich kann jetzt nicht zu gtr rockstar games dahin flieh und erst mit den fressen zu polieren das kann ich auch nicht warum denn fliegen das ist die app of online wofan die sitzung wird gestarrt und wird es so lange gebraucht Wo kommt der Nio oder was? Jetzt kannst du dich anhandeln. Wie ist der Golf? Komm, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Ja, okay, komm, lass mal Adam einladen. Tschöööö. Golfschläg ein, tschöööö. Nein, ey, echt? Oh mein, der war gesprek. EI! Hä, nein, das sind M-Lachen. Wir sind auch in unserer Runde. W-Lachen, w-Lachen, w-Lachen. Nein, ich bin nicht über den Runde gekommen. Ey, ey, Lennart, bei mir hab ich dich komplett weggefickt. Du hast mich auch getroffen, du hast mich auf den Boden gemacht und deswegen ist der Niederheld über mich gekommen. Nein! Ja, jetzt hat er mich wirklich. Ja, wo ist der Pant? Nö, was guckst du dir da an? Ja, guck, Tiktok. Tiktok. Wieso Tiktok? Widerholung, wieder bei Erde. Ey, dann kann ich auf Wiederholung gehen, ihr Hutentülle. Ich weiß nicht, warum wir jetzt? Ich hab hier nichts gemacht. Lennart. Ja, das ist egal, ja. Au. Warum sind ja wieder zwei Panzer in der Luft? Au. Ich hab ne richtig gute Idee. Dafür ist die Riesenrabbe. Man soll mit dem One-Hit-Auto, glaube ich, dem Panzer berühren, dass der runterfällt. Schau, was ich jetzt mach. Nein! Hä, was? Ich versteh nicht, was er hat würdiger. Nein, er hat's fast geschafft, dieser. Ach so, jetzt? Ja. Nein! Nein, man kommt nicht hin. Man kommt nicht hin. Der KW, Junge. Der KW funktioniert nicht. Der KW, Junge. Der KW funktioniert nicht. Komm, gib mal Vollgas hier, gib mal Gummi. Ich werd mal den KW gegangen, Alter. Hinter dir! Oh mein Gott. Was? Was? Junge, das waren zwei Zentimeter, die gefehlen haben. Also habt ihr jetzt den ersten Punkt? Nein, oder unentschieden, entweder wir oder unentschieden. Ja. Ja. Hast du deine Weekend- Wie gesagt, gefickt! Sind wir? Oh, Edris, nein. Wie hab ich dich gezogen? Ey, Edris, ich hab heute, ich hab heute einen Spot bekommen, dass ich ein iPhone 12 hier downloaden kann. Ohohohohohohohohohohoho. Hä, ich würd machen, ich würd machen. Zack, ey, jadak mit Zatziki, geil. Oha, ich bin mit Farben händchen. Uhuhh... Du arzt lübber! Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoch. He, ich würd machen, ich würd machen. Joach, ich bin mit Farben. Schau mal, wen ich ein Team hab, jah? Joach, quater, quater. Unsere Skins, digga. Unsere Skins alle braun, digga. Digger, weiß, digga. Weiß, digga. Weiß als Sonne, digga. Ein Binus Sollt ihr die Bowling kugeln? Was bringt euch Jett? Gar nichts eigentlich Ja, wollt grad sagen Wollt ihr in uns rein kamikazen oder? Ja Ja, na was? Was? Du hast einen, du hast einen, du hast einen Ja Beide Teams haben einen Kill, aber ihr habt einen Tod mehr Sehst du warum ihr verloren habt? Ja und wieso stand bei euch verloren? Wieso stand's dann bei euch auch? Weil ihr das Ding verloren habt Wir hatten fucking Jett Was? Das macht gleich keinen Unterschied um ehrlich zu sein Also grad verwirrt mich jeder, Digga Ohne Spaß Junge Die sind so schnell Digga Diese Autos sind so schnell Oh mein Gott Oh mein Gott, das sieht gut aus, das sieht gut aus Ich hätte es fast prediktet Digga Ah, ich bin tot Oh mein Gott Digga Einfach rein hier Einfach rein hier Digga Oh mein Gott, Junge Ja ja, Bowling kugeln Warte, warte Oh mein Gott, ja R1 ist bei mir fahren Ich fahr mit Dreieck Digga Ich hab ja mal was ich gemacht hab Erst grad leider Ich hab beide gefickt Junge, ich durf nicht zu Ich durf nicht ausweichen Junge, bei mir hab ich dich die ganze Zeit angeschaut Nicht mal ausgewichen Wir haben hier Pfeffern die rechte Röhre rein Da kommen grad alle, Junge Pfeffer da rein Mit nem Rockli Mit nem Rockli Er sniped mit den Er sniped Er sniped nach oben Rechts sind zwei Autos Er sniped nach oben Aber was soll er machen? Hux Sag dir Sag dir Ausländer Ich bin rechts, rechts JA OOOOOO Wie scheint das auf rechts da? Hör mal, kann das nicht Das ist stark, das ist stark gegangen Er hat so fliegen gegangen Er hat so fliegen gegangen Er hat so fliegen gegangen Junge, er ist halt hier Junge, hier erstmal Bowling kugeln, Junge Was willst du? Hier, gönn dir Ich bin da sicherlich nicht hinter Ich bin da sicherlich nicht genau hinter der Bowling kugel Ja, ich wollte kurz was ausprobieren Er will, das war mein Chip Ah fuck, er kommt zu mir weg Kommt, scheiß Ausländer Er fährt zu mir, ich bin tot Nein Wo flieg ich denn hin? Er geht auf mich, Digga Weil er ist gegen Ausländer Ja, Bruder, die Ausländer sind einfach die Motherfuckers eigentlich Ihr seid einfach mehr Er beschwert dich, dass Ausländer mehr sind Ja, nein Ich hab gesagt, ihr gewinnt, weil ihr mehr seid Junge, wenn ich mich darüber beschweren würde, würde ich dir auf CW hin Ich hab mein halbes Head-Tit durch die Gegend geworfen Guck mal, das Ding ist, das Spiel drängt Ganz sicherlich Halal Du weißt warum? Sie machen niemals Drei Mit so zwei Männern und eine Frau Das ist verdammt, Bruder Weißt du? Ja, ja Oh mein Gott Was? Was? Ich bin extra nicht in die Rohre gefahren, weil ich wusste, dass sowas passiert Ja, mach dich auch immer, du Fe... Nein Was? Links Ja 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 Nein Nein Ja 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 Jetzt springt er so runter Das ist das erste Mal, dass ich heute Gewinner gelesen habe Not gonna lie Junge, ich tripple gerade die Bowlingkugel Not gonna... Junge, ich tripple die gerade wirklich Nein, ich bin tot Oh mein Gott Nein 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 Ich kann überhaupt mal aufschauen, du Ey Selamalekum, wie geht's? Nein Was? Ja, nein Ich habe direkt verloren Habe gerade... Oh mein Gott Nur nach R Ich bin oben drauf gelandet Ich hätte... Ey Ich bin direkt... Vielleicht könnt ihr, Fabian, bringt's ja was selber um So... Ach für mich Ja, 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 ja Ey, Fabian, nein Fabian, nein Fabian ist verkackt Nein 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 Adam, das ist ein Bayern-Fan, ja? Verkämpf dich einfach ganz oben Was? Ich fack dir Uhlen, sondern ich fack dir eine Bayerische Nummer O necesit O nein Fahaha O mein Gott O mein Gott, was O mein Gott, es ist alles anders Hey, Junge, der.. Die Rakete war nicht mal bei mir Junge, Erdam hat so gut gespielt, hatten einfach einen teammate der zwei muss direkt gestorben ist und oder sich z choosing direkt in die Luft gesprengt hat Na ja, wie versteht das? Nei, ihr habt zwei Mal gewonnen wir haben... Zweimal Nein, einmal Ja, wir haben einmal gewonnen. Einmal, ja. Nein! Oh mein Gott! Okay, hier wollte ich nicht raus. Warte! 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 Was? Äh! Entschuldigt, dass ihr zwei hintereinander seid. Nein! Ich hab keinen getrunken. Warte auch. Niederhilfe. Ich bin... Warte mal. Ich bin aus der Map. Ich schwöre, ich bin aus der Map. Kommst du nicht wieder rein? Nein! Ich bin... Ich bin im Wasser. Ich bin im Meer. Du bist... Was? Ich bin im Meer. Aber er ist nicht tot, Junge. Wie? Du bist dumm. Bring dich selber um einfach. Bring dich selber um. Na komm, so ein Partysteiner mit dem Auto, Junge. Ich hab dich mal da ange...